Der Stab von Serapis von Rick Riordan Übersetzt und vorgelesen von Alexander Wilk Bis sie das zweiköpfige Monster entdeckte, hatte Annabeth geglaubt, ihr Tag könnte nicht noch schlimmer werden. Sie hatte den ganzen Morgen damit zugebracht, ihre Schulaufgaben nachzuholen. Ständig den Unterricht zu schwänzen, um die Welt vor Monstern und amoklaufenden griechischen Göttern zu retten, versaute total ihren Durchschnitt. Dann hatte sie noch einen Kinobesuch mit ihrem Freund Percy und ein paar anderen Freunden abgesagt, um sich bei einem hiesigen Architekturbüro für ein Sommerpraktikum vorzustellen. Blöderweise war ihr Hirn nur Matsch gewesen. Sie war ziemlich sicher, dass sie das Vorstellungsgespräch vermasselt hatte. Schließlich, so gegen vier Uhr nachmittags, war sie durch den Washington Square Park zur nächsten U-Bahn-Station gegangen und prompt in einen frischen Haufen Kuhmist getreten. Sie schaute wütend zum Himmel. Hera! Die anderen Fußgänger warfen ihr im Vorbeigehen verwirrte Blicke zu, aber Annabeth kümmerte sich nicht darum. Sie hatte die kleinen Scherze der Göttin satt. Annabeth hatte so viele Missionen für Hera erledigt, aber trotzdem hinterließ ihr die Königin des Himmels kleine Aufmerksamkeiten von ihrem heiligen Tier genau dort, wo Annabeth hineintreten würde. Die Göttin musste eine Herde getarnter Kühe auf Patrouille in Manhattan haben. Als es Annabeth endlich zur West 4th Street Haltestelle geschafft hatte, war sie gereizt und erschöpft und wollte nur noch einen Zug der F-Linie erwischen, der sie zu Perses Wohnung bringen würde. Für den Film war es zu spät, aber vielleicht könnten sie ja noch essen gehen oder so. Dann entdeckte sie das Monster. Annabeth hatte ja schon so manch verrücktes Zeug gesehen, aber dieses Viech hatte definitiv einen hohen Platz auf ihrer »Was haben sich die Götter dabei bloß gedacht?« Liste verdient. Es sah aus, als wären ein Löwe und ein Wolf hintern voran zusammen in die Schale einer Einsiedlerkrabbe gequetscht worden. Die Schale selbst war eine raue, braune Spirale wie eine Eiswaffel, etwa zwei Meter lang und mit einem krakeligen Saum in der Mitte, als wäre sie einmal in zwei Hälften gespalten und dann wieder zusammengeklebt worden. Aus dem oberen Ende dann sprossen die Vorderbeine eines grauen Wolfs auf der linken und die eines Löwen mit goldener Mähne auf der rechten Seite. Die zwei Tiere sahen nicht besonders glücklich aus, als WG-Bewohner in einer Muschelschale. Sie zogen sie hinter sich auf den Bahnsteig her und schwangen dabei nach links und rechts, als würden sie in unterschiedliche Richtungen ziehen. Sie knurrten sich gegenseitig verärgert an. Dann erstarrten plötzlich beide und schnüffelten in die Luft. Pendler gingen vorbei. Die meisten manövrierten einfach um das Monster herum und ignorierten es. Die anderen legten die Stirn in Falten und schauten es ärgerlich an. Annabeth hatte den Schleier schon viele Male in Aktion gesehen, aber sie war immer noch fasziniert, wie dieser magische Vorhang die Wahrnehmung der Sterblichen derart manipulieren konnte, dass sogar das wildeste Monster wie etwas Erklärliches aussah. Ein streunender Hund etwa oder ein Obdachloser in einem Schlafsack zum Beispiel. Die Nüstern des Monsters bebten. Bevor Annabeth sich entscheiden konnte, was sie tun sollte, drehten sich schon beide Köpfe in ihre Richtung und starrten sie direkt an. Annabeths Hand griff nach ihrem Messer. Dann erinnerte sie sich, dass sie keins hatte. Im Moment war ihre gefährlichste Waffe der Rucksack, der mit schweren Architekturwälzern aus der Bücherei gefüllt war. Sie beruhigte ihren Atem. Das Monster stand über zehn Meter entfernt. Eine Löwenwolfkrabbe in der Mitte eines überfüllten Bahnhofs zu bekämpfen, war nicht ihre erste Wahl, aber sie würde es tun, wenn es sein musste. Sie war ein Kind von Athene. Sie starrte die Bestie an, machte deutlich, dass sie es ernst meinte. »Zeig, was du drauf hast, Krabbi«, sagte sie. »Ich hoffe, du kannst einiges an Schmerz ertragen.« Der Löwe und der Wolf zeigten ihre Lefzen. Dann rumpelte der Boden. Durch den Tunnel wehte eine Böe, als ein Zug einfuhr. Das Monster knurrte Annabeth an. Sie hätte schwören können, das Monster hatte Bedauern in seinen Augen, als würde es denken, ich würde dich ja zu gerne in Stücke reißen, aber ich habe leider noch einen Termin. Dann drehte sich Krabbi um und holperte davon, eine riesige Schale hinter sich herziehend. Es verschwand die Treppe hoch in Richtung der A-Linie. Einen Moment lang war Annabeth zu perplex für klare Gedanken. Es kam so selten vor, dass ein Monster einen Halbgott einfach so links liegen ließ. Wenn Monster einmal die Möglichkeit hatten, griffen sie fast immer an. Hatte diese zweiköpfige Einsiedlerkrabbe etwas Wichtigeres zu tun, als sie umzubringen, musste Annabeth unbedingt wissen, was das war. Sie konnte einfach nicht zulassen, dass ein Monster ungehindert seinen bösen Plänen nachgehen konnte und dabei auch noch schwarz Zug fuhr. Sie schaute sehnsüchtig zum F-Zug hinüber, der sie zu Percy gebracht hätte. Dann rannte sie dem Monster hinterher die Treppen hinauf. Annabeth sprang in den Zug, just in dem Moment, als sich die Türen schlossen. Der Zug fuhr vom Bahnsteig ab und beschleunigte in die Dunkelheit. Die Deckenlichter flackerten. Pendler und Passagiere wippten hin und her. Jeder Sitzplatz war besetzt. Ein weiteres Dutzend Passagiere musste stehen und wankte, während sie sich an den Griffen und Geländern festhielten. Annabeth konnte Krabbi erst sehen, als jemand weiter vorne rief, »Pass doch auf, du Freak!« Die Löwenwolf Krabbi drückte sich vorwärts und knurrte jeden Pendler an, aber die Sterblichen verhielten sich nur ganz normal New Yorker U-Bahn mäßig gereizt. Vielleicht hielten sie das Monster ja für einen dahergelaufenen Betrunkenen. Annabeth folgte ihm. Als Krabbi die Tür zum nächsten Waggon aufstemmte und hindurchrumpelte, fiel Annabeth auf, dass der Panzer schwach leuchtete. Hatte er das vorhin auch schon getan? Um das Monster herum schwebten rote Neon-Symbole, griechische Buchstaben, astrologische Zeichen und Piktogramme, ägyptische Hieroglyphen. Annabeth lief es eiskalt zwischen den Schulterblättern hinab. Sie erinnerte sich, was ihr Percy vor ein paar Wochen erzählt hatte, über ein Aufeinandertreffen, das er mit jemandem gehabt hatte, was aber so unmöglich geklungen hatte, das sie angenommen hatte, er würde scherzen. Aber jetzt? Sie zwängte sich durch die Menge und folgte Krabbi in den nächsten Wagen. Der Panzer der Kreatur leuchtete jetzt definitiv heller. Wie Annabeth sich dem Monster näherte, wurde ihr übel. Sie fühlte ein warmes Ziehen in ihrem Bauch, als hätte sie einen Angelhaken in ihrem Bauchnabel stecken, der sie zu dem Monster hinzog. Annabeth versuchte, ihre Nerven im Zaum zu halten. Sie hatte ihr ganzes Leben dem Studium von altgriechischen Geistern, Monstern und Daimons gewidmet. Wissen war ihre größte Waffe. Aber dieses zweiköpfige Krabbenwesen, das war ihr völlig unbekannt. Ihr innerer Kompass drehte sich nutzlos in alle Richtungen. Sie wünschte, sie hätte Verstärkung. Sie hatte ihr Handy, aber selbst wenn sie hier im Tunnel Empfang gehabt hätte, wen sollte sie anrufen? Die meisten anderen Halbgötter hatten keine Handys, denn deren Signale zogen Monster an. Und Percy war am anderen Ende der Stadt. Die meisten ihrer Freunde waren zurück im Camp Halbblut am Nordufer von Long Island. Krabbi wuchtete seinen Körper weiterhin in Richtung Zugvorderteil voran. Als Annabeth das Monster endlich eingeholt hatte, war seine Aura bereits so stark, dass selbst die Sterblichen sie bemerkten. Viele wirkten und wandten sich in ihren Sitzen, als hätte jemand einen Spind voller verdorbener Vesperbrote geöffnet. Manche fielen auch ohnmächtig zu Boden. Annabeth fühlte sich so schlecht, dass sie gerne umgekehrt wäre, aber das Angelhaken-Gefühl zog weiterhin an ihr und ließ sie näher zum Monster taumeln. Der Zug ratterte in die Fulton Station. Sobald die Türen sich öffneten, stolperte jeder Passagier, der noch bei Bewusstsein war, von Bord. Krabbis Wolfkopf schnappte nach einer Frau, bekam ihre Handtasche zwischen die Zähne, während sie flüchten wollte. »Hey!« rief Annabeth. Das Monster ließ die Frau los. Beide Augenpaare fixierten Annabeth, als würden sie denken, »Biste lebensmüde?« Dann erhob es beide Köpfe und brüllte in Harmonie. Das Geräusch traf Annabeth wie ein Eispickel zwischen die Augen. Die Zugfenster zerbarsten. Sogar die bewusstlosen Sterblichen wurden wieder zum Leben erweckt. Manche schafften es, aus den Türen zu kriechen, andere taumelten durch die kaputten Fenster. Unscharf sah Annabeth, wie das Monster seine Vorderbeine anspannte, bereit auf sie zuzustürzen. Die Zeit verlangsamte sich. Sie bekam vage mit, wie die demolierten Türen sich wieder schlossen und der nun leere Zug aus der Station fuhr. Lief dieser Zug etwa auf Autopilot oder was? Sie stand nur noch drei Meter von dem Monster entfernt und erkannte weitere Details. Seine rote Aura schien an der Nahtstelle auf seinem Panzer am stärksten zu leuchten. Schimmernde griechische Buchstaben und ägyptische Hieroglyphen wurden herausgeschleudert wie vulkanisches Gas aus einer Tiefseespalte. Das linke Vorderbein des Löwen war am Fußgelenk rassiert und hatte dort ein Tattoo in Gestalt mehrerer schwarzer Streifen. Der Wolf hatte am linken Ohr ein orangefarbenes Preisschild stecken, auf dem stand 99,99 Dollar. Annabeth griff nach dem Riemen ihres Rucksacks. Sie war bereit, ihn nach dem Monster zu schleudern, aber erwartete nicht allzu viel davon. Stattdessen griff sie auf ihre übliche Taktik zurück, wenn sie einem übermächtigen Feind gegenüberstand. Sie begann zu reden. Du bestehst aus zwei separaten Teilen, sagte sie. Du bist wie Teile einer lebendig gewordenen Statue. Du wurdest zusammengeschmolzen? Es war ein totaler Schuss ins Blaue, aber das Löwenknurren ließ sie annehmen, das sie ins Schwarze getroffen hatte. Der Wolf biss nach der Löwenbacke, als wollte er ihm nahe legen, still zu sein. Ihr seid es nicht gewohnt, zusammenzuarbeiten, vermutete Annabeth weiter. Herr Löwe hier hat einen Identifizierungscode am Bein. Du warst bestimmt ein Artefakt in einem Museum, richtig? In der MET vielleicht? Der Löwe brüllte so laut, dass Annabeths Knie nachgaben. Das werte ich mal als ein Jahr. Und du, Herr Wolf, dieses Preisschild am Ohr, du warst in einem Antiquitätenladen ausgestellt, stimmt's? Der Wolf knurrte und kam einen Schritt näher. Währenddessen fuhr der Zug immer weiter im Tunnel unter dem East River durch. Kalter Wind kam aus den zerbrochenen Fenstern und ließ Annabeths Zähne klappern. All ihre Instinkte befahlen ihr zu flüchten, aber ihre Knochen fühlten sich an, als würden sie sich auflösen. Die Aura des Monsters wurde noch heller und füllte die Luft immer weiter mit nebligen Zeichen und blutrotem Licht. Du, du wirst stärker, bemerkte Annabeth. Du willst irgendwo hin, hab ich recht? Und je näher du kommst... Die Monsterköpfe brüllten gleichzeitig los. Eine Welle roter Energie durchflutete den Waggon. Annabeth hatte Mühe, bei Bewusstsein zu bleiben. Krabbi kam näher. Sein Panzer weitete sich. Der Riss in seinem Zentrum schwelte wie geschmolzenes Eisen. Warte, krächzte Annabeth. Ich, ich hab's jetzt verstanden. Du bist noch nicht komplett. Du suchst ein weiteres Stück. Einen dritten Kopf? Das Monster stoppte. Seine Augen glitzerten misstrauisch, als wollte es sagen, hast du etwa mein Tagebuch gelesen? Annabeth wurde mutiger. Sie verstand ihren Gegner nun zumindest ein bisschen. Sie hatte schon einige dreiköpfige Monster getroffen. Wenn es um mythische Geschöpfe ging, war drei so etwas wie die magische Zahl. Daher machte es Sinn, dass es nach einem weiteren Kopf suchte. Krabbi war eine Art Statue gewesen, in drei Teile geteilt. Und jetzt war es irgendwo durchgeweckt worden. Es versuchte sich wieder zusammenzubauen. Annabeth entschied, dass sie das nicht zulassen konnte. Diese rot leuchtenden Hieroglyphen und griechischen Buchstaben waberten in der Luft wie eine brennende Zündschnur und sandten Magie aus, die sich rundheraus falsch anfühlte, so als würde sie langsam Annabeths Zellstruktur auflösen. Du bist nicht wirklich ein griechisches Monster, oder? stieß sie aus. Du bist ägyptisch? Krabbi schien diesen Kommentar nicht zu mögen. Er zeigte seine Reißzähne und setzte zum Sprung an. Wow, ganz ruhig, sagte sie. Du hast noch nicht deine volle Stärke, oder? Wenn du mich jetzt angreifst, wirst du verlieren. Ihr zwei vertraut euch ja noch nicht mal. Der Löwe legte den Kopf schief und grunzte. Annabeth heuchelte entsetzen. Aber Herr Löwe, wie kannst du nur so etwas über Herrn Wolf sagen? Der Löwe blinzelte. Der Wolf schaute zum Löwen und knurrte misstrauisch. Und das, Herr Wolf, schnaufte Annabeth, du solltest nicht mit solchen Kraftausdrücken über deinen Freund herziehen. Die zwei Köpfe gingen aufeinander los, schnappten und bellten. Das Monster stolperte, als die beiden Vorderbeinpaare in entgegengesetzte Richtungen wollten. Annabeth wusste, dass sie sich nur ein paar Sekunden erkauft hatte. Sie zermaterte sich das Hirn mit der Frage, was dieses Monster war und wie sie es besiegen könnte, aber es glich nichts, was sie im Camp Halbblut gelernt hatte. Sie erwog, sich von hinten anzuschleichen und den Panzer zu knacken, aber da verlangsamte sich schon der Zug. Sie fuhren in die High Street Station ein, dem ersten Halt in Brooklyn. Der Bahnsteig war seltsam leer, aber ein Lichtblitz nahe der Ausgangstreppe fiel Annabeth ins Auge. Ein junges, blondes Mädchen in weißen Klamotten schwang einen Holzstab und versuchte damit, ein seltsames Tier zu treffen, das um ihre Beine herumkroch und wütend bellte. Von den Schultern aufwärts sah das Tier aus wie ein schwarzer Labrador, aber sein Hinterteil war nichts weiter als ein spitz zulaufender, knöcherner Kaulquappenschwanz. Annabeth konnte nur denken, das dritte Stück. Dann traf das Mädchen die Hundeschnauze mit dem Stab. Ihr Stab blitzte golden auf und der Hund wurde nach hinten gerissen und flog ohne zu streifen durch eins der zerbrochenen Fenster am anderen Ende des Waggons. Das blonde Mädchen folgte ihm. Sie sprang durch die sich schließenden Türen, als der Zug wieder aus der Station hinaus fuhr. Einen Moment lang standen alle einfach da. Zwei Mädchen und zwei Monster. Annabeth betrachtete das Mädchen am anderen Waggonende und versuchte, ihre Gefahrenstufe einzuschätzen. Die Neue trug weiße Leinenhosen und eine dazu passende Bluse, ähnlich einer Karate-Uniform. Ihre Kampfschuhe hatten Metallspitzen und sahen aus, als könnten sie im Gefecht sehr schmerzhaft sein. Über ihre linke Schulter geschlungen hatte sie einen blauen Nylonrucksack mit einem gebogenen Elfenbeinstab, einem Bumerang am Riemen befestigt. Aber die furchteinflößendste Waffe des Mädchens war der weiße Holzstab. Knapp zwei Meter lang, mit einem geschnitzten Adlerkopf an der Spitze und über die volle Länge leuchtend wie Himmelsbronze. Annabeth sah dem Mädchen in die Augen und fühlte sich wie bei einem Déjà-vu. Das Karate-Mädchen konnte nicht älter sein als 13. Ihre Augen waren kristallblau, wie bei einem Kind von Zeus. Ihr langes, blondes Haar hatte violette Strähnen. Sie sah einem Kind von Athene sehr ähnlich. Gefechtsbereit, schnell, wachsam und furchtlos. Annabeth kam es vor, als schaute sie sich selbst von vor vier Jahren an, etwa derzeit, als sie Percy Jackson getroffen hatte. Dann fing das Karate-Mädchen an zu sprechen und ruinierte die Illusion. »Na klar«, sie blies sich eine violette Haarsträhne aus dem Gesicht, »weil mein Tag ja noch nicht bekloppt genug war.« »Britisch«, dachte Annabeth, aber sie konnte nicht genauer darüber nachdenken. Die Hunde Kohlquappe und Krabbi hatten etwa fünf Meter voneinander entfernt in der Waggonmitte gestanden und sich gegenseitig fasziniert angestarrt. Doch nun hatten sie ihre Überraschung überwunden. Der Hund heulte, ein Triumphgebrüll wie »Ich hab dich gefunden« und die Löwenwolfkrabbe sprang, um ihn zu begrüßen. »Halt sie auf«, schrie Annabeth. Sie sprang auf Krabbis Rücken und die Vorderbeine knickten durch das Zusatzgewicht ein. Das andere Mädchen rief etwas, das klang wie »Maa«. Eine Reihe goldener Hieroglyphen erschien in der Luft. Die Hundekreatur taumelte rückwärts und wirkte, als hätte sie gerade eine Billardkugel verschluckt. Annabeth rang mit Krabbi, aber das Monster war doppelt so schwer wie sie. Es richtete sich an den Vorderbeinen auf, versuchte sie abzuwerfen. Beide Köpfe versuchten, nach ihr zu schnappen. Glücklicherweise hatte sie einige Erfahrung damit, wilde Pegassi im Kempal-Blut zuzureiten. Sie behielt das Gleichgewicht, während sie ihren Rucksack von ihrem Rücken gleiten ließ. Dann schleuderte sie dem Löwenkopf 20 Pfund Architekturbücher in die Fresse und schlang den Schulterriemen um das Wolfsmaul und zog ihn stramm. Unterdessen kam der Zug wieder an die Oberfläche. Sie ratterten die hochgelegenen Gleise von Queens entlang. Frische Luft blies durch die zerstörten Fenster und glitzernde Scherben tanzten auf den Sitzen. Aus ihrem Augenwinkel konnte Annabeth den schwarzen Hund sehen, wie er sich von seinem Würgeanfall erholte. Er sprang das Karate-Mädchen an, das ihren Elfenbein-Bumerang herausholte und den Hund mit einem weiteren goldenen Blitz traf. Annabeth wünschte, sie könnte auch goldene Blitze verschießen. Alles, was sie hatte, war ein blöder Rucksack. Sie tat ihr Bestes, um Krabbi unter Kontrolle zu halten, aber das Monster schien mit jeder Sekunde stärker zu werden, während die rote Aura Annabeth stetig schwächte. Ihr Kopf fühlte sich an, als würde er mit Watte vollgestopft. Ihr Bauch rummorte. Sie verlor jegliches Zeitgefühl, während sie mit dem Monster rang. Sie war sich nur sicher, dass sie verhindern musste, dass es sich mit dem Hundeding verbannt. Wenn das Monster zu einem kompletten, dreiköpfigen, was auch immer wurde, wäre es wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Der Hund fiel das Karate-Mädchen wieder an. Dieses Mal riss er sie um. Annabeth ließ sich ablenken und verlor den Halt an dem Krabbenmonster, das sie nun abwerfen konnte. Sie schlug mit dem Kopf hart gegen einen Sitz. Ihre Ohren klingelten, als das Monster triumphal brüllte. Eine Welle heißroter Energie fegte durch den Zug. Dann kippte der Zug zur Seite weg und Annabeth wurde schwerelos. Und hoch mit dir, sagte eine Mädchenstimme. Wir müssen weiter. Annabeth öffnete die Augen. Die Welt drehte sich. Martins Hörner heulten in der Ferne. Sie lag flach auf dem Rücken in ein paar dornigen Sträuchern. Das blonde Mädchen aus dem Zug stand über sie gebeugt und zerrte an ihrem Arm. Annabeth setzte sich ächzend auf. Sie fühlte sich, als würde ihr jemand heiße Nägel in die Rippen bohren. Als sie wieder klar sehen konnte, merkte sie, dass sie Glück gehabt hatte, überhaupt mit dem Leben davon gekommen zu sein. Etwa 50 Meter entfernt war die U-Bahn entgleist. Die Waggons lagen auf der Seite in einem unregelmäßigen, qualmenden Zickzack-Muster, das Annabeth an einen Drakon-Kadaver erinnerte. Bedauerlicherweise hatte sie schon einige von denen gesehen. Sie konnte keine verletzten Sterblichen sehen. Hoffentlich waren sie alle in der Fulton Street Station aus dem Zug geflohen. Aber dennoch, was für eine Katastrophe! Annabeth erkannte, wo sie sich befand. Rockaway Beach. Ein paar hundert Meter zu ihrer linken, hinter unbebauten Grundstücken und Maschendrahtsäunen, lag der gelbe Sandstrand, der mit Teer und Abfall übersät war. Das Meer rauschte unter wolkigem Himmel. Zu Annabeths Rechten, hinter dem Zugwrack, stand eine Reihe hoher Wohngebäude, die so heruntergekommen waren, dass sie fast unecht aussahen, wie aus alten Kühlschrankkartons gebastelt. »Wuhu!« Das Karate-Mädchen rüttelte an Annabeths Schulter. »Ich weiß, dass du wahrscheinlich unter Schock stehst, aber wir müssen weiter. Ich werde ungern von der Polizei befragt und mit dem Ding hier im Gefolge schon gleich gar nicht.« Das Mädchen ließ sich links neben sie fallen. Hinter ihr, auf dem gesplitterten Asphalt, lag das schwarze Labrador-Monster und wand sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Sein Maul und die Pfoten waren mit golden leuchtenden Seilen gefesselt. Annabeth starrte das junge Mädchen an. Um ihren Hals hing eine Kette mit einem silbernen Amulett, einem Symbol wie ein ägyptisches Ankh, das mit dem Lebkuchenmann gekreuzt worden war. Neben ihr lag ihr Stab und der Elfenbein-Bumerang, beide mit eingravierten Hieroglyphen und Schnitzereien von seltsamen, sehr ungriechischen Monstern. »Wer bist du?«, wollte Annabeth wissen. Die Mundwinkel des Mädchens umspielte ein Lächeln. »Normalerweise gebe ich meinen Namen ja nicht jedem beliebigen Fremden preis, wegen magischen Schwachpunkten und so, aber jemand, der ein zweiköpfiges Monster mit nix als nem Rucksack bekämpft, verdient Respekt.« Sie hielt die Hand hin. »Sadie Cain!« »Annabeth Chase!« Sie schüttelten. »Toll, dich kennenzulernen!«, sagte Sadie. »Wollen wir jetzt mit unserem Hündchen spazieren gehen?« Sie machten sich gerade rechtzeitig vom Acker. Innerhalb von Minuten hatten Notfallwagen die Unglückstelle umringt und eine Meute von Gaffern kam aus den nahen Wohngebäuden geströmt. Annabeth fühlte sich schlechter denn je. Vor ihren Augen tanzten rote Punkte, aber sie half Sadie trotzdem, die Hundekreatur an ihrem Schwanz in die Sanddünen zu zerren. Sadie schien es zu amüsieren, das Monster über so viele Steine und kaputte Flaschen zu ziehen, wie sie finden konnte. Das Monster knurrte und wandte sich. Seine rote Aura glomm immer heller, während das goldene Seil verblasste. Normalerweise mochte Annabeth Strandspaziergänge. Das Meer erinnerte sie an Percy. Aber heute war sie hungrig und erschöpft. Ihr Rucksack wurde mit jedem Schritt schwerer und die Magie der Hundekreatur ließ Annabeth würgen. Darüber hinaus war Rockaway Beach ein trostloser Ort. Ein gewaltiger Hurricane hatte vor über einem Jahr hier gewütet und die Schäden waren immer noch zu sehen. Einige der Wohngebäude in der Ferne waren nur noch leere Hüllen, die verbarrikadierten Fenster und Betonwände voller Graffiti. Auf dem Strand lag verrottetes Holz, Asphaltbrocken und verbogenes Metall verstreut. Die Pfähle eines zerstörten Kais ragten aus dem Wasser. Das Meer an sich nagte unumwunden am Ufer, als wollte es sagen, ignoriert mich nicht, ich kann jederzeit wiederkommen und die Arbeit vollenden. Schließlich erreichten sie einen verwüsteten Eiswagen, der halb in die Dünen eingesunken war. Die auf der Wagenseite aufgemalten Bilder einstiger süßer Leckereien ließen Annabeths Magen aufheulen. »Halt, bitte!« murmelte sie. Sie ließ den Hund fallen, stolperte zu dem Eiswagen hinüber und ließ sich neben der Beifahrertür fallen. Sadie setzte sich ihr gegenüber in den Schneidersitz. Sie wühlte in ihrem Rucksack und förderte eine verkorkte Tonamphore zutage. »Hier!« Sie gab sie Annabeth. »Ist lecker! Trink!« Annabeth beäugte das Gefäß vorsichtig. Es fühlte sich schwer und warm an, als wäre heißer Kaffee darin. »Äh, damit kriege ich doch hoffentlich keine goldenen Kabumm-Blitze in die Fresse, oder?« Sadie grunzte. »Das ist doch bloß ein Heiltrank, Dummchen! Eine Freundin von mir, Jess, braut die Besten auf der ganzen Welt!« Annabeth zögerte immer noch. Sie hatte schon zuvor Tränke probiert, die von den Hekate-Kinder kamen. Die meisten davon schmeckten wie Brackwassersuppe, aber zumindest waren sie für Halbgötter geeignet. Was auch immer hier drin war, war das definitiv nicht. »Ich bin nicht sicher, ob ich das trinken sollte,« sagte sie. »Ich bin nicht wie du.« »Niemand ist wie ich,« stimmte Sadie zu. »Meine Unglaublichkeit ist einzigartig.« »Aber wenn du sagen willst, dass du keine Magierin bist?« »Nun, das ist offensichtlich.« »Wir kämpfen eigentlich immer mit Sauberstab und Stock.« Sie klopfte auf den geschnitzten Pflock und den Elfenbeinbummerang, der neben ihr lag. »Trotzdem denke ich, dass mein Trank auch bei dir wirkt. Du hast ein Monster bekämpft. Du hast das Zugunglück überlebt. Du kannst also auch nicht normal sein.« Annabeth lachte leise. Sie fand die Direktheit des anderen Mädchens irgendwie erfrischend. »Nein, ich bin wirklich nicht normal. Ich bin ein Halbgott.« »Ah, ah,« Sadie tippte mit den Fingern auf ihren gebogenen Zauberstab. »Entschuldige, das ist neu für mich. Kalbgott?« »Halbgott,« korrigierte Annabeth. »Zur Hälfte Gott, zur Hälfte sterblich.« »Ah, na klar.« Sadie atmete eindeutig erleichtert aus. »Ich habe auch schon ein paar Mal Isis in meinem Kopf gehabt. Wer ist denn dein spezieller Freund?« »Mein, nein, ich trage niemanden mit mir rum. Meine Mutter ist ne griechische Göttin. Athene.« »Deine Mutter?« »Ja.« »Ne Göttin.« »Ne griechische Göttin.« »Genau.« Annabeth bemerkte, dass ihre Freundin ganz blass wurde. »Ich schätze, sowas in der Art ist nicht üblich, da wo du herkommst.« »Brooklyn?« »San Sadie.« »Ne, glaub nicht. Oder London.« »Oder Los Angeles.« »Ich kann mich nicht an griechische Halbgötter dort erinnern.« »Hach, dennoch, wenn man schon mit magischen Pavianen, Katzengöttinnen und Zwergen in Unterhosen zu tun hatte, haut einen nichts mehr so schnell um.« Annabeth dachte, sie hätte sich verhört. »Zwerge in Unterhosen?« »Hm.« Sadie schaute zu dem Hundemonster hinüber, das immer noch an den goldenen Fesseln zehrte. »Aber hier ist das Komische. Vor ein paar Monaten hat mich meine Mom gewarnt. Sie sagte, ich sollte mich vor anderen Göttern und anderen Formen von Magie hüten.« Die Pulle in Annabeths Hand schien wärmer zu werden. »Anderen Göttern? Du hast Isis erwähnt. Das ist die ägyptische Göttin der Magie. Aber sie ist nicht deine Mom.« »Ne«, sagte Sadie. »Ich meine ja, Isis ist die Göttin ägyptischer Magie, aber sie ist nicht meine Mom. Meine Mom ist ein Geist. Also, sie war eine Magierin im Haus des Lebens, wie ich. Aber dann starb sie und...« »Halt! Stopp!« Annabeths Kopf pochte so schlimm, dass sie nicht glaubte, es könnte noch schlimmer werden. Also entkorkte sie die Flasche und trank aus. Sie hatte Brackwasser-Consommé erwartet, aber der Trank schmeckte tatsächlich wie warmer Apfelsaft. Ihre Sicht klärte sich augenblicklich. Ihr Magen beruhigte sich. »Wow!« sagte sie. »Hab's dir gesagt!« grinste Sadie. »Jess ist die geborene Apothekerin.« »Also, du hast gesagt, Haus des Lebens, ägyptische Magie. Du bist wie der Junge, den mein Freund getroffen hat.« Sadies Grinsen gefrohr. »Dein Freund? Hat jemand wie mich getroffen? Noch ein Magier?« Ein paar Meter entfernt knurrte und kämpfte die Hundekreatur weiter. Sadie schien sich nicht darum zu kümmern, aber Annabeth war besorgt, weil die goldenen Fesseln kaum mehr leuchteten. »Das war vor ein paar Wochen«, fuhr Annabeth fort. »Percy hat mir die irre Geschichte erzählt, wie er in der Nähe der Morix Bay einen Jungen getroffen hat. Scheinbar hat er Hieroglyphen als Zaubersprüche benutzt. Er hat Percy dabei geholfen, ein Krokodilmonster zu bekämpfen. »Der Sohn von Sobek«, platzte Sadie heraus. »Aber mein Bruder hat gegen das Monster gekämpft. Er hat nichts darüber erzählt, dass...« »Heißt dein Bruder Carter?«, fragte Annabeth. Eine wütende, goldene Aura flackerte um Sadies Kopf herum auf. Einen heiligen Schein aus Hieroglyphen, die finstere Blicke, Fäuste und tote Strichmännchen darstellten. »Jetzt im Moment«, grollte Sadie, »heißt mein Bruder Punching Bag. Es scheint, als hätte er mir nicht alles erzählt.« »Ah«, Annabeth mußte dem Drang widerstehen, langsam von ihrer neuen Freundin zurückzuweichen. Sie befürchtete, dass diese glühenden, wütenden Zeichen vielleicht explodieren würden. »Peinlich, tut mir leid.« »Muss es nicht«, sagte Sadie. »Ich vermöble meinen Bruder eigentlich ganz gern. Aber jetzt erzähl mir erst mal alles. Über dich, Halbgötter, Griechen und was das mit unserem bösartigen Hündchen hier zu tun haben könnte.« Annabeth erzählte ihr, was sie konnte. Sonst traute sie Leuten eigentlich nicht so schnell. Aber sie hatte inzwischen genug Erfahrung im »Leute lesen«. Sie mochte Sadie sofort. Diese Kampfstiefel, die violetten Strähnchen, das Verhalten. Nach Annabeths Erfahrungen plauderten vertrauensunwürdige Personen nicht so nonchalant darüber, Leute zu vermöbeln. Und sie halfen bestimmt keinen bewusstlosen Fremden und boten ihnen Heiltränke an. Annabeth beschrieb das Camp Halbblut. Sie gab ein paar ihrer Abenteuer mit den Göttern, Titanen und Giganten zum Besten. Sie erzählte, wie sie die zweiköpfige Löwenwolfkrabbe an der West 4th Street Station gesichtet hatte und sich entschlossen hatte, ihr zu folgen. »Und jetzt bin ich hier«, schloss Annabeth. Sadies Mund bebte. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment anfangen, zu schreien oder heulen. Nein. Stattdessen fing sie unkontrolliert an zu kichern. Annabeth runzelte die Stirn. »War da was lustig?« »Nein, nein«, Sadie prustete. »Naja, ein bisschen lustig. Ich mein, wir sitzen hier am Strand und reden über griechische Götter. Und ein Camp voller Halbgötter. Und es ist alles wahr.« »Oh, das glaub ich. Das ist zu abstrus, um nicht wahr zu sein.« Es ist nur, jedes Mal, wenn meine Welt noch seltsamer wird, denke ich mir, okay, jetzt haben wir das Absurditätslimit erreicht. Wenigstens weiß ich jetzt, wie weit es geht. Zuerst finde ich raus, dass mein Bruder und ich von den Pharaos abstammen und magische Kräfte haben. Na gut, kein Problem. Dann finde ich raus, dass mein toter Vater seine Seele mit Osiris verbunden hat und der Herr über die Toten wurde. Spitze, warum auch nicht? Dann übernimmt mein Onkel die Leitung über das Haus des Lebens mit hunderten Magiern auf der ganzen Welt. Dann stellt sich raus, dass mein Freund ein Hybrid aus sterblichem Magier und unsterblichem Gott des Begräbnisses ist. Und jedes Mal denke ich, natürlich, bleib ruhig, mach weiter. Ich pass mich an. Und dann kommst du an einem hundsgemeinen Donnerstag, klar, die da, und behauptest, ach übrigens, ägyptische Götter sind nur ein kleiner Teil der kosmischen Absurdität. Wir haben da auch noch die Griechischen. Hurra! Annabeth konnte nicht mit allem, was Sadie erzählt hatte, etwas anfangen. Ein Begräbnisgottfreund? Aber sie musste zugeben, dass darüber zu lachen wohl gesünder war, als sich zu einer Kugel zusammenzurollen und zu heulen. Okay, gab sie zu. Das klingt alles etwas verrückt, aber ich schätze, es macht schon Sinn. Mein Lehrer Chiron, er behauptet die ganze Zeit, dass die alten Götter unsterblich sind, weil sie fest mit der Zivilisation an sich verwoben sind. Wenn die griechischen Götter also überdauert haben, warum dann nicht auch die ägyptischen? Je mehr, desto lustiger, sagte Sadie. Aber was ist nun mit unserem Hündchen? Sie hob eine kleine Muschelschale auf und warf sie dem Labrador-Monster an den Kopf, der daraufhin missmutig bellte. Erst sitzt er ganz friedlich an einem Tisch in unserer Bibliothek. Ein harmloses Artefakt, ein Steinfragment von einer Statue, dachten wir. Dann, im nächsten Moment, erwacht er zum Leben und entwischt aus dem Brooklyn-Haus. Er pulverisiert unsere magischen Schutzzauber, pflügt durch Felix' Pinguine und schüttelt meine Zauberbahne ab, als wären sie nix. Pinguine? Annabeth schüttelte den Kopf. Halt, stopp, ich hab nicht gefragt. Sie betrachtete die Hundekreatur, die an ihren Fesseln rieb. Rote griechische Buchstaben schwirrten um sie herum, als wollten sie neue Symbole erzeugen. Eine Nachricht, die Annabeth beinahe lesen konnte. Werden die Seile halten? fragte sie. Sie sehen aus, als würden sie schwächer. Keine Sorge, versicherte Sadie. Die Seile haben schon Götter festgehalten, und zwar keine geringen, besonders mächtige. Hm, okay. Also, du hast gesagt, der Hund war Teil einer Statue. Eine Idee was für eine? Nope, Sadie zuckte die Schultern. Cleo, unser Bibliothekar, ging dieser Frage gerade nach, als Fido hier erwacht ist. Aber es muss doch eine Verbindung zu dem anderen Monster geben, dem Wolf- und dem Löwenkopf. Ich hatte den Eindruck, dass die beiden hier auch erst gerade erwacht seien. Sie sind verschmolzen und waren nicht gewohnt, als Team zu arbeiten. Sie waren im Zug auf der Suche nach etwas, vermutlich nach dem Hund hier. Sadie fummelte an ihrem silbernen Anhänger herum. Ein Monster mit drei Köpfen, ein Löwe, ein Wolf und ein Hund. Alle drei wachsen aus einem, was war das für ein kegelförmiges Ding? Eine Muschelschale? Eine Fackel? Annabas Kopf fing wieder an, sich zu drehen. Eine Fackel! Ihr kam eine entfernte Erinnerung, vielleicht ein Bild, das sie irgendwann einmal in einem Buch gesehen hatte. Sie hatte nicht gedacht, dass das Monsterende etwas sein könnte, das man halten konnte, etwas, das in eine riesige Hand passen würde. Aber eine Fackel war es nicht. Es ist ein Zepter, erkannte sie. Ich weiß nicht mehr, welcher Gott es gehalten hat, aber der dreiköpfige Staat war sein Symbol. Er war griechisch, glaube ich, aber er kam von irgendwo aus Ägypten. Alexandria, vermutete Sadie. Annabas starrte sie an. Woher willst du das wissen? Ah gut, ich bin kein so ein Geschichtsenthusiast wie mein Bruder, aber ich war schon mal in Alexandria und ich weiß, dass es die Hauptstadt gewesen ist, als die Griechen über Ägypten geherrscht haben. Alexander der Große, richtig? Annabeth nickte. Richtig. Alexander hat Ägypten erobert und nachdem er gestorben war, hat Ptolemäus übernommen. Er wollte, dass die Ägypter ihn als Pharao akzeptierten, also hat er die ägyptischen und griechischen Götter zusammengeworfen und neue erdacht. Klingt chaotisch, sagte Sadie. Also ich bevorzug meine Götter unzusammengeworfen. Aber da gab's einen speziellen Gott, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, die dreiköpfige Kreatur am Ende seines Zepters. Ziemlich großes Zepter, bemerkte Sadie. Ich will nicht wirklich dem Typ begegnen, der es halten kann. Oh, Götter, Annabeth richtete sich auf. Das ist es. Der Stab versucht nicht nur, sich wieder zusammenzubauen, er will auch seinen Herrn finden. Sadie starrte böse. Das gefällt mir alles nicht. Wir müssen sicher gehen. Das Hundemonster heulte auf. Die magischen Seile explodierten wie eine Granate und bedeckten den Strand mit goldenen Splittern. Die Druckwelle schleuderte Sadie über die Dünen wie Steppenläufer. Annabeth krachte in den Eiswagen. Ihre Glieder wurden zu Brei. Die ganze Luft wurde aus ihren Lungen gepresst. Wenn das Hundemonster sie hätte umbringen wollen, hätte es das jetzt spielen tun können. Stattdessen rannte es landeinwärts und verschwand in den Büschen. Annabeth griff instinktiv nach einer Waffe. Ihre Finger schlossen sich um Sadies gebogenen Zauberstab. Der Schmerz ließ sie keuchen. Das Elfenbein brannte wie Trockeneis. Annabeth versuchte loszulassen, aber ihre Hand gehorchte ihr nicht. Sie musste zusehen, wie der Zauberstab qualmte und seine Form veränderte, bis das Brennen aufhörte und Annabeth einen Dolch aus Himmelsbronze in der Hand hielt. Genau wie jenen, den sie über Jahre getragen hatte. Sie starrte auf das Messer. Dann hörte sie ein Stöhnen aus der nahegelegenen Düne. Sadie! Annabeth stolperte auf ihre Füße. Als sie die Magierin erreicht hatte, saß Sadie schon aufrecht und spuckte Sand aus ihrem Mund. Sie hatte jetzt Strähnen aus Seetang und ihr Rucksack war um einen ihrer Kampfstiefel gewickelt, aber sie sah eher empört als verletzt aus. Dämlicher Fido, knurrte sie. Keine Hundekuchen für ihn! Sie starrte auf Annabeths Messer. Wo hast denn du das her? Ähm, das ist dein Zauberstab, sagte Annabeth. Ich habe ihn aufgehoben und dann, keine Ahnung, er hat sich einfach in den Dolch verwandelt, den ich normalerweise benutze. Ha! Nun, magische Gegenstände haben ihren eigenen Kopf. Behalt ihn! Ich habe noch mehr daheim. Und jetzt, wo ist Fido hin? Da drüben, Annabeth zeigte mit ihrem neuen Messer. Sadie spähte landeinwärts, ihre Augen wurden weit. Ah, richtig, zum Sturm. Der ist neu. Annabeth folgte ihrem Blick. An den U-Bahn-Schienen vorbei sah sie nichts außer einem verlassenen Wohnhochhaus, das abgezäunt und einsam in den Nachmittagshimmel ragte. Was für ein Sturm! Du siehst ihn nicht? Na, warte mal! Sie entwirrte ihren Rucksack von ihren Beinen und wühlte in ihren Vorräten. Sie holte eine weitere Tonamphore heraus, die jetzt allerdings kurz und breit war, wie ein Döschen Handcreme. Sie zog den Deckel ab und schöpfte etwas pinkes Gel. Lass mich das auf deine Augenlider schmieren. Wow, das hört sich an wie ein automatisches Nein. Stell dich nicht an, das ist harmlos. Naja, zumindest für Magier, aber für Halbgötter wahrscheinlich auch. Annabeth war nicht beruhigt, aber sie schloss die Augen. Sadie trug die Pampe auf, die kitzelte und wärmte wie Menthol paste. Gut, sagte Sadie, kannst wieder gucken. Annabeth öffnete die Augen und zog scharf die Luft ein. Die Welt war so voller Farben. Der Boden war lichtdurchlässig, gelartige Schichten, die in die Dunkelheit hinabstiegen. Die Luft kräuselte sich in schimmernden Schleiern, jeder davon pulsierend, aber leicht asynchron, als wären mehrere HD-Videos übereinander gelegt worden. Hieroglyphen und griechische Buchstaben schwirrten um sie herum, verschmolzen und zerbrachen, als sie kollidierten. Annabeth fühlte sich, als würde sie die Welt auf atomarer Ebene betrachten. Alles, was unsichtbar war, wurde enthüllt und mit magischem Licht beleuchtet. Siehst du das etwa die ganze Zeit? Sadie grunzte, ach Gottchen, nein, das wird mich wahnsinnig machen. Ich muss mich konzentrieren, um den Duat zu sehen. Das machst du nämlich gerade. Du spickst in die magische Hälfte der Welt. Ich, Annabeths Stimme versagte. Annabeth war eigentlich ein selbstbewusster Mensch. Wenn sie mit normalen Sterblichen zu tun hatte, trug sie die überhebliche Gewissheit mit sich, dass sie geheimes Wissen besaß. Sie verstand die Welt der Götter und Monster. Sterbliche hingegen hatten keine Ahnung. Selbst gegenüber anderen Halbgöttern war Annabeth meistens die mit der meisten Erfahrung. Sie hatte schon mehr erlebt, als die meisten Halbgötter sich erträumen konnten. Und sie hatte überlebt. Jetzt aber, als sie diese sich verschiebenden Farbvorhänge anschaute, fühlte sich Annabeth wieder wie ein sechsjähriges Kind, das gerade erfahren hatte, wie gefährlich die Welt in Wirklichkeit war. Sie ließ sich auf den Sand plumpsen. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Gar nicht denken, empfahl Sadie. Atmen. Deine Augen werden sich dran gewöhnen. Das ist wie schwimmen. Wenn du es einfach deinem Körper überlässt, kannst du es instinktiv. Anabeth versuchte sich zu entspannen. Sie erkannte Muster in der Luft. Strömungen, die zwischen den Realitätsebenen flossen, magische Dampfspuren, die von Autos und Gebäuden aufstiegen. Die Stelle des Zugunglücks leuchtete grün. Sadie hatte eine goldene Aura mit einer nebligen Rauchfahne hinter sich wie Flügel. Wo das Hundemonster einst gelegen hatte, qualmte der Boden wie heiße Kohlen. Purpurne Fäden schlängelten sich von dort in die Richtung, in die das Monster abgehauen war. Annabeth fokussierte auf das zerfallene Wohngebäude in der Ferne und ihr Puls verdoppelte sich. Der Turm glühte rot von innen. Licht floss aus den verbarrikadierten Fenstern und schoss aus den Ritzen der zerbröselnden Mauern. Dunkle Wolken wirbelten darüber und noch mehr von dem Strudel aufgesogen. Die Szenerie erinnerte Annabeth an Charybdis, das wirbelnde, meereinatmende Monster, das sie damals im Meer der Monster getroffen hatte. Das war keine besonders glückliche Erinnerung. Das Wohngebäude, sagte sie, das zieht das ganze rote Licht aus der Umgebung an. Genau, sagte Sadie, bei ägyptischer Magie ist rot immer schlecht. Das bedeutet Bosheit und Chaos. Also will unser Hundemonster wohl genau dahin, vermutete Annabeth, um sich mit den anderen Teilen des Zepters zu verschmelzen und seinen Meister zu finden, wette ich. Annabeth wusste, dass sie aufstehen sollte. Sie mussten sich beeilen, aber beim Anblick der wirbelnden Schichten aus Magie hatte sie Angst, sich zu bewegen. Sie hatte ihr ganzes Leben damit zugebracht, über den Schleier zu lernen, die magische Abschirmung, die die sterbliche Welt von der Welt der griechischen Götter und Monster trennte. Aber sie hätte nie gedacht, dass der Schleier wirklich ein Vorhang gewesen wäre. Wie hatte ihn Sadie genannt? Duat? Annabeth fragte sich, ob ich, der hundertmal in sich gefaltet worden war. Sie traute sich nicht zu, aufzustehen. Wirst du panisch, gehst du unter. Sadie bot ihr ihre Hand an, ihre Augen voller Verständnis. Sieh mal, ich weiß, dass es viel auf einmal, aber es hat sich nichts verändert. Du bist immer noch derselbe hartgesottene Rucksack schleudernde Halbgott, der du immer warst. Und jetzt hast du auch noch diesen Annabeth fühlte, wie sie rot anlief. Normalerweise hielt sie immer die aufmunternden Reden. Ja, ja, natürlich. Sie akzeptierte Sadies Hand. Dann los, finden wir einen Gott. Ein Maschendrahtzaun umringte das Gebäude, aber sie schlüpften durch eine Lücke und machten sich auf den Weg durch ein Feld aus hohem Gras und Betonbruchstücken. Die magische Paste auf Annabeths Augen schien an Wirkung zu verlieren. Die Welt sah nicht mehr so vielschichtig und kaleidoskopartig aus, aber das war ihr ganz recht. Sie brauchte diese Spezialsicht gar nicht, um zu wissen, dass der Turm voller übler Magie steckte. Von Nahem war das rote Glühen in den Fenstern noch deutlicher. Das Sperrholz ratterte, die Ziegelmauern ächzten. Hieroglyphenvögel und Strichmännchen formten sich in der Luft und schwebten hinein. Selbst das Graffiti auf den Mauern schien zu vibrieren, als erwachten die Zeichen dort zum Leben. Was immer sich in dem Gebäude verbarg, es zog auch an Annabeth, ähnlich wie Krabbi es im Zug getan hatte. Sie nahm ihren neuen Bronzedolch fest in die Hand und ihr wurde klar, dass er zu klein war, um als Angriffswaffe zu fungieren. Aber darum mochte Annabeth Dolche ja. Mit ihnen musste man auf der Hut bleiben. Ein Kind von Athenis sollte sich nie auf eine Waffe verlassen, wenn es seine Cleverness nutzen konnte. Intelligenz gewann Kriege, nicht plumpe Kraft. Leider funktionierte Annabeth's Cleverness gerade nicht besonders gut. Ich wünschte, wir wüssten, was uns hier erwartet, murmelte sie, als sie an das Gebäude heranschlichen. Ich recherchiere gern vorher, bewaffne mich mit Wissen. Sag mal, wie oft geben dir die Monster Gelegenheit, sie vorher zu googeln, bevor sie angreifen, hä? Nie, musste Annabeth zugeben. Na, da hast du's. Kater, er würde liebend gern Stunden in der Bibliothek verbringen und sich über jeden bösartigen Dämon informieren, dem wir möglicherweise begegnen. Und die wichtigsten Infos sind Karteikarten für mich zusammenfassen, damit ich sie auswendig lerne. Leider geben uns Dämonen, wenn sie angreifen, kaum ne Vorwarnung und sie machen sich noch seltener die Mühe, sich vorzustellen. Also, was ist dann deine übliche Vorgehensweise? Einfach drauf los, sagte Sadie. Improvisieren. Und wenn nötig, die Feinde in winzig kleine Stücke sprengen. Super, du passt genau zu meinen Freunden. Das nehme ich als Kompliment. Was würdest du sagen, diese Tür da? Ein paar Stufen führten zu einem Kellereingang. Ein einzelnes Brett war in einem halbherzigen Versuch, unbefugte fernzuhalten, vor die Tür genagelt worden. Aber die Tür selbst stand einen Spalt breit offen. Annabeth wollte gerade vorschlagen, das Gelände auszuspähen. Sie vertraute solch einem leichten Eingang nicht. Aber Sadie wartete nicht. Die junge Magierin stapfte die Treppen hinunter und ging hinein. Annabeth konnte nur folgen. Wie sich herausstellte, wären sie gestorben, wenn sie durch irgendeine andere Tür eingestiegen wären. Der gesamte Innenraum des Gebäudes war ausgehüllt worden, 30 Stockwerke hoch und mit einem Strudel von Zwiegeln, Rohren, Brettern und anderen Trümmern gefüllt, sowie leuchtenden griechischen Symbolen, Hieroglyphen und neonroten Energiebüscheln. Die Szenerie war gleichzeitig erschreckend und wunderschön, als wäre ein Tornado eingefangen und dauerhaft von innen beleuchtet ausgestellt worden. Da Annabeth und Sadie ganz unten eingestiegen waren, hatte sie ein enges Treppenhaus geschützt, eine Art Graben im Beton. Im Erdgeschoss wären sie voll in den Sturm gelaufen und in Stücke gerissen worden. Wie Annabeth sich umschaute, flog ein Stahlträger über sie mit der Geschwindigkeit eines Rennwagens hinweg. Dutzende von Ziegelsteinen rasten vorbei wie ein Fischschwarm. Eine feuerrote Hieroglyphe kollidierte mit einem Stück Sperrholz, das daraufhin in Flammen aufging. Da oben, flüsterte Sadie. Sie zeigte zur Gebäudespitze, wo Teile des dreißigsten Stockwerks immer noch intakt waren. Ein zerbröckelnder Vorsprung, der ins Leere ragte. Es war schwer, durch die wirbelnden Trümmer und roten Nebel etwas zu erkennen, aber Annabeth konnte eine massige menschliche Gestalt ausmachen, die mit ausgebreiteten Armen am Abgrund stand, als würde sie den Sturm willkommen heißen. Was macht er da? murmelte Sadie. Annabeth zuckte zusammen, als eine Spirale aus Kupferrohren ein paar Zentimeter an ihrem Kopf vorbeirauschte. Sie in den Trümmerwirbel und erkannte Muster, wie vorhin im Duat. Ein paar Bretter und Nägel kamen zusammen und formten einen Rahmen. Ein Haufen Ziegelsteine bauten sich wie Legosteine zusammen und bildeten einen Bogen. Er baut etwas, erkannte sie. Was denn, eine Katastrophe? fragte Sadie. Das hier erinnert mich schwer an das Reich des Chaos. Und glaub mir, dort will niemand Urlaub machen. Annabeth schaute sie an. Sie fragte sich, ob ihr Chaos bei den Ägyptern dasselbe bedeutete wie bei den Griechen. Annabeth hatte selbst schon ihre Begegnung mit Chaos gehabt. Und wenn Sadie auch dort gewesen war, dann musste diese Magierin doch härter im Nehmen sein, als sie aussah. Der Sturm ist nicht komplett zufällig, sagte Annabeth. Siehst du da und da? Irgendwelche Materialstücke kommen zusammen und formen sowas wie ein Gebilde innerhalb des Gebäudes. Sadie runzelte die Stirn. Sieht für mich aus wie Steine in dem Mixer. Annabeth war sich nicht sicher, wie sie es am besten erklären sollte, aber sie hatte lange genug Architektur und Ingenieurskunst studiert, um die Details zu erkennen. Kupferrohre verbanden sich wie Arterien und Venen in einem Kreislaufsystem. Teile alter Mauern bauten sich wieder zusammen und bildeten eine neue Art Puzzle. Immer mal wieder lösten sich weitere Steine und Stahlträger von den Außenmauern und schlossen sich dem Wirbelsturm an. Er verwurste das Gebäude, sagte sie. Ich weiß nicht, wie lange es noch stehen bleiben wert. Sadie fluchte leise. Sag mir, dass er keine Pyramide baut. Alles außer das. Annabeth fragte sich, warum ein ägyptischer Magier Pyramiden hassen sollte, aber sie schüttelte den Kopf. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das soll eine Art kegelförmiger Turm werden, aber es gibt nur eine Möglichkeit sicher zu gehen. Den Baumeister fragen, hm? Sadie schaute zu den Überresten des dreißigsten Stocks hinauf. Der Mann am Abgrund hatte sich nicht bewegt, aber Annabeth hätte schwören können, dass er gewachsen war. Rotes Licht wirbelte um ihn. In der Silhouette sah er aus, als würde er einen Zylinderhut tragen, wie Abraham Lincoln. Sadie schulterte ihren Rucksack. Wenn das also unser mysteriöser Gott ist, wo ist dann? Wie aufs Stichwort schnitt ein dreistimmiges Heulen durch den Lärm. Am anderen Ende des Gebäudes schwangen ein paar Metalltüren auf und das Krabbenmonster sprang hinein. Leider hatte das Vieh nun alle drei Köpfe beisammen, Wolf, Löwe und Hund. Seine lange Spiralschale leuchtete vor griechischen und hieroglyphischen Beschriftungen. Es ignorierte den Sturm komplett, kletterte auf seinen sechs Vorderbeinen hinein und sprang dann in durch das Chaos aufwärts. Es fliegt zu seinem Herrn, sagte Annabeth, wir müssen es aufhalten. Großartig, grummelte Sadie, das wird mich auslaugen. Was? Sadie hob ihren Stab. Da! Eine goldene Hieroglyphe blitzte in der Luft über ihnen auf und plötzlich befanden sie sich innerhalb einer Kugel aus Licht. Annabeths Rücken kribbelte. Sie war schon einmal in einer Schutzblase gewesen, als sie, Percy und Grover magische Perlen benutzt hatten, um aus der Unterwelt zu fliehen. Dieses Erlebnis war klaustrophobisch gewesen. Wird uns das vor dem Sturm schützen? fragte sie. Hoffentlich. Sadies Gesicht war nun schweißbedeckt. Auf geht's! Sie ging zur Treppe. Sofort wurde das Schutzschild einem Härtetest unterzogen. Eine fliegende Küchenplatte hätte sie geköpft, aber sie zersplitterte an Sadies Kraftfeld. Marmorbrocken wirbelten harmlos um sie herum. Fantastisch, sagte Sadie. Und jetzt halt mal bitte den Stab, während ich mich in einen Vogel verwandle. Äh, was? Sadie rollte die Augen. Wir improvisieren hier, schon vergessen? Ich flieg da hoch und stoppe das Stabmonster. Du versuchst den Gott da abzulenken, wer auch immer das ist. Weck seine Aufmerksamkeit. Na schön, aber ich bin keine Magierin. Ich werde den Zauber nicht aufrechterhalten. Der Schild sollte ein paar Minuten halten, solange du den Stab hast. Aber was ist mit dir? Wenn du nicht innerhalb des Schilds bist? Ich hab ne Idee. Die könnte sogar funktionieren. Sadie fischte etwas aus ihrem Rucksack. Eine kleine Tierfigur. Sie schloss ihre Finger darum und begann dann, die Form zu wechseln. Annabeth hatte schon früher gesehen, wie sich Leute in Tiere verwandelten, aber das machte es nicht einfacher. Sadie schrumpfte auf ein Zehntel ihrer Größe. Ihre Nase wuchs zu einem Schnabel, ihre Haare, Klamotten und Rucksack verschmolzen zu einem Federkleid. Sie wurde ein kleiner Raubvogel, ein Rotmilan vielleicht. Ihre Augen waren breitete Sadie ihre Flügel aus und schoss in den Sturm hinein. Annabeth zuckte zusammen, als ein Schwarm Steine in sie hineinrauschte, aber irgendwie flogen sie einfach durch sie hindurch, ohne aus Sadie Federpüree zu machen. Sadies Gestalt flimmerte nur, als würde sie unter der Wasseroberfläche fliegen. Sadie befand sich im Duat, erkannte Annabeth. Sie flog auf einer anderen Realitätsebene. Dieser Gedanke ließ Annabeths Gehirn vor Möglichkeiten heiß laufen. Wenn ein Halbgott lernen könnte, einfach durch Mauern zu gehen, durch Monster einfach durch zu rennen. Aber das war eine Unterhaltung für ein andermal. Jetzt musste sie erst mal los. Sie rannte die Treppen hinauf in den Wirbelsturm. Metallstangen und Kupferrohre prallten gegen ihr Kraftfeld. Die goldene Kugel leuchtete mit Sie hielt Sadys Stab in einer Hand und ihren neuen Dolch in der anderen. In dem magischen Strom flackerte die Himmelsbronze Klinge wie eine sterbende Fackel. Hey! schrie sie zu dem Vorsprung mit dem Mann hinauf. Mr. Gott Tübi! Keine Antwort. Wahrscheinlich verlor sich ihre Stimme im Sturm. Die Außenwände des Gebäudes begannen zu stöhnen. Mörtel rieselte von den Wänden und wirbelte in den Sturm wie Büschel von Zuckerwatte. Sadie der Falke war immer noch am Leben und flog auf das dreiköpfige Monster zu, das weiterhin nach oben segelte. Das Vieh war schon halb oben angekommen, ruderte mit seinen Beinen und leuchtete immer heller, als würde es die Macht des Tornados aufsaugen. Annabeth hatte keine Zeit mehr. Sie suchte in ihren Erinnerungen, ging jeden alten Mythos durch, die abgefahrensten Geschichten, die ihr Chiron im Camp je erzählt hatte. Als sie noch jünger war, war sie wie ein Schwamm gewesen und hatte jeden Namen und alle Fakten aufgesogen. Der dreiköpfige Stab, der Gott von Alexandria Ägypten. Ihr fiel der Name des Gottes ein. Zumindest hoffte sie, dass sie richtig lag. Eine der ersten Regeln, die sie als Halbgott gelernt hatte, Namen hatten Macht. Man sollte niemals den Namen eines Gottes oder Monsters nennen, wenn man nicht seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Annabeth holte Tiefluft, dann schrie sie aus Leibes Kräften Serapis!